Kann ich Ihnen noch was zu trinken anbieten? Gern. Ein Kaffee, Wasser oder einen Tee? Alles drei. Alles drei? Aber in der Reihenfolge. Also ich hätte erst gerne einen Tee und dann einen Kaffee-Expresso. Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Und im Anschluss ein eventuell Lattichato. Also einfach nur ein Espresso. Machen wir mal so. Wann kommt denn der Arzt eigentlich? Wir müssen gleich kommen. Sie können den Kaffee in einer Rolle zu Ende trinken. Ja, ist halt ein Kaffee. Ich habe halt ein Espresso bestellt gehabt. Mhm. Aber gut, ein bisschen tief essen. Dann trinke ich halt den. So. Ich hoffe, Sie genießen den Kaffee und bis später dann. Behalt den Tee, nur dass ich mich nach einem Anschluss beschweren kann.